Dramatischer Einsatz für das Rettungsteam um Dr. Silke Konrad. Ein Junge ist in einer Waschmaschine eingesperrt. Leitstelle Köln. Hallo, hier ist der Noah. Mein kleiner Bruder steckt in der Waschmaschine. Moment, er ist in der Waschmaschine drin? Ja. Kriegst du die Tür nicht auf? Nein, die klemmt irgendwie. Bewegt dein Bruder sich? Nein. Wo bist du? In der Kurfürstenstraße im Waschsalon. Okay, pass auf Noah. Ich schicke dir ein Rettungsteam, ja? Bleib bei deinem Bruder. Da! Hier! Hallo? Hallo? Sagen wir, der ist da wirklich drin? Ja. Hallo? Wie geht das nicht auf, oder was? Ja, ich check mal. Hier, mach mal Notaus an. Ja, ist schon. Geht nicht. Sagen wir, Feuerwehr ist nachbestellt, oder was? Check mal. Hallo? Scheiße, hier geht nicht auf. Der bewegt sich auch nicht. Wie kommt der denn da rein? Ich weiß es nicht. Wir haben Verstecken gespielt. Und dann ist die auch gelaufen. Ja. Das war's also, ja? Die hat sich gedreht, ja? Ja. Wie wir von der Waschmaschine standen, haben wir gesehen, dass inzwischen der Wäsche noch sich ein Körper befand. Wir haben natürlich erst mal probiert, die Waschmaschine aufzubekommen, was uns einfach nicht gedungen ist. Seid ihr alleine hier? Ja, meine Mutter ist einkaufen und die lässt uns eigentlich immer hier allein. Das ist mir nie das, was ist. Hat er sich da drin versteckt? Und wie ist das Ding denn angegangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wer bist du denn jetzt? Wie heißt du denn? Noah. Noah, das ist dein Bruder? Oder wie heißt du denn? Ja, ich habe gehebelt. Okay, Maurice. Pass auf, der sitzt da drin. Brechstange und Tellingdun. Kriegen wir nicht auf, wir haben alles gedrückt. Dann hol ich eine Brechstange schon mal und dann probieren wir mal. Gut, ich gebe der Leitstelle eben Bescheid. Leitstelle können von 1RW2 kommen. Röte sich nicht, ne? Nee, gar nichts. Natürlich gibt es, wenn jemand in einer Waschmaschine eingeschlossen ist, verschiedene Risiken. Einmal das Waschmittel, was reizend wirken kann auf die Atemwege. Dann der kontinuierliche Wasserzufluss, was natürlich auch zu einem Sauerstoffmangel führen kann. Und die Drehbewegungen, die natürlich auch multiple Verletzungen im Körper hervorrufen können. Wir werden jetzt das Kind aus der Waschmaschine mittels einer Brechstange versuchen zu befreien. Bereit immer bitte alles vor. Höchstwahrscheinlich Reanimationsbedingungen, ja? Der Junge muss schnellstmöglich medizinisch behandelt werden. Wie lange war er da drin? Mit einer halben Stunde, einer Viertelstunde, zehn Minuten. Und dann ist aber auch, wie du das eben gesehen hast, war die Maschine am Laufen. War da auch Wasser drin und hat die auch geschleudert. Auwei, auwei. Raus, raus. Komm. Auwei, auwei, auwei. Wir haben den raus. Ich habe keinen Puls. Komm, zack, 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 raus, 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 raus. Ich habe ihn hier, ich habe ihn hier. Gleich auf dem Boden. Kein Puls. Kein Puls. Umdrehen. Okay, ich habe ihn. Alles klar. Hamburbeutel. Also Trage, was braucht ihr sonst noch? Nur Trage. Nur eine Trage. Alles klar. Pullen machen. Waren 15, zwei, ne? Ja. Du zählst am besten runter, ne? Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Natürlich waren wir sehr unter Druck, weil die Zeit läuft ja dann. Wir haben uns schon auf eine Reanimation eingestellt. Und nach Öffnen der Waschmaschine hat sich dann auch herausgestellt, dass der Junge keine Atmung und auch keinen Puls mehr hatte. Das Rettungsteam beginnt sofort mit der Reanimation. In dieser kritischen Phase trifft die Mutter der beiden Jungen ein, die nur kurz einkaufen war. Mama, was ist passiert? Nein, 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 nein. Lassen Sie uns mal ganz kurz arbeiten. Der war in der Waschmaschine. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Der war in der Waschmaschine. Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Okay. Aufschneiden, aufschneiden. Lassen Sie uns noch? Moment. Das sieht nicht so ganz gut aus. Könnt ihr mir einen Sechser-Tubus vorbereiten, bitte? 13, vier, zehn, fünfzehn. Ich mach erstmal mit, das ist gewalt. Seht? Weiter. Der rasselt auch, ne? Könnt ihr mal rauskriegen, was für ein Waschprogramm wir fahren? Ob die Infektionsfritte oder wie auch immer alles dabei war? Der rasselt ganz schön, ne? Der rasselt ganz schön ins Wasser geschluckt, das ist wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall ein Sauerstoffmangel aufgetreten. Die Lunge hörte sich auch nicht sehr gut an. Es gab massive Lungengeräusche, sodass wir auch von einem Lungenödem ausgehen müssen, sodass höchstwahrscheinlich auch viel Wasser in der Lunge gelandet ist. Für den Rettungsdienst, wir haben jetzt was gefunden an Waschmittel, das können wir gleich eben klären. Wollen wir mal wechseln? Ja, wechseln. Wechseln. Manni, wechsel ihn bitte mal ab. Drei, vier. Okay. Bereit? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Mal stopp, stopp. Mal lass mal Analysen laufen. Ja, ist da. Komm, ja, okay. Ja, pass auf, sofort ins Auto. Am Anfang war es schon schwierig für uns, den kleinen Jungen zu reanimieren. Er hat überhaupt nicht auf die Erste-Hilfe-Maßnahmen angesprochen. Wir hatten eine Asystolie, das heißt, das Herz hat nicht mehr geschlagen. Erst unter medikamentöser Gabe von Adrenalin hatten wir dann einen Puls, sodass wir mit der Reanimation auch aufhören konnten. Das Rettungsteam transportiert den Jungen sofort in die Klinik am Südring. Seine Mutter und sein Bruder folgen dem Rettungswagen mit dem eigenen Pkw. Hallo. Hallo. Wir bringen den achtjährigen Maurice. Der war einige Zeit lang unklar, wie lange in einer Waschmaschine angeschlossen. Bei Auffinden war er ein Brusthaus, hat eine Asystolie. Er hat eine Frequenz jetzt von 87, 96. Die Lunge hört sich nicht gut an, das hört sich sehr nach Lungendüben an. Den achtjährigen Jungen habe ich von dem Notarzt-Team in einem relativ stabilen Kreislaufzustand entgegengenommen, aber er war intubiert, das heißt, er wurde beatmet. Ich habe ihm noch einer Bulle Lasix gegeben. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt dazu gekommen ist, warum er da jetzt in dieser Waschmaschine war. Die war an, die war schon schön. Die war an. Der Bruder hat uns seinen Fangen. Der Deckel zu. Die Feuerwehr musste auch öffnen, weil wir es nicht aufgekriegt haben. Also wie lange er da jetzt drin war. Es war Wasser, es ist auch leicht unterkühlt noch. Ja. Drin. Ja. Wie hieß das Mittel? Soda Liquid. Soda Liquid, genau. Soda Liquid. Waschzusatz ist auch Feuerwehr auch reizend. Ja, okay. Also ich denke mal, dass er einiges abbekommen hat. Okay. Können wir, Schwester Luisa, können Sie den Jungen, das ist wirklich jetzt nicht der richtige Umgebung, nehmen Sie ihn mit raus. Ja, okay. Sollen wir ihn umschließen oder? Nee, am besten, wir lassen ihn hier, wenn alles angeschlossen ist. Können Sie mir was sagen, wie es ihm geht? Im Moment ist alles stabil, der Kreislauf ist in Ordnung, er atmet und ist noch im Moment tubiert, er wird unterstützt mit der Atmung, damit die Lungenbläschen nicht zusammenfallen. Von daher ist aber im Moment erstmal alles in Ordnung. Zuerst wurde bei dem Jungen, als er in den Schockraum kam, die Auskultation, das heißt das Abhorchen der Lunge, gemacht, um festzustellen, ob möglicherweise ein Lungen-Ädem, also Wasser in der Lunge besteht. Während des Ultraschalls schickt Dr. Krothmann die nervöse Mutter nach draußen. Die Ärzte müssen dringend wissen, wie lange das Kind ohne Sauerstoff war und ob es mit giftigem Waschmittel in Berührung gekommen ist. Da die Situation in einer Waschmaschine mir vollkommen neu ist, war ich mir auch nicht sicher, ob möglicherweise innere Verletzungen noch vorgekommen sind durch dieses Eingedrückte und habe mittels eines Ultraschalls die inneren Verletzungen ausgeschlossen. Es ist unklar, warum er jetzt in dieser Waschmaschine war. Das ist alles schon ein bisschen unglaubwürdig. Ich meine, auch wenn die da Verstecken spielen oder so, warum läuft die Maschine dann? Ja. Lief die noch als egal? Nee, die war aus, ne? Die war aus. Die war aus, ja, kam noch nicht dran. Die mussten dann, als die Feuerwehr eingetroffen ist, die mussten dann mit Brechwehrzeug die Waschmaschine öffnen. Der Kreislauf war dann auch gleich wieder stabil. Ja, also wir haben zweimal Adrenalin geben müssen, in der Fall ist er dann spontan zurückgekommen. Ja, aber auch während des Transportes war es immer so ein bisschen grenzwertig. Immer eine Frequenz um 70, 80 rum. In einer Situation, bei der vor allem die Sauerstoffversorgung abgeschnitten ist, spielt die Zeiten eine ganz extreme Rolle, sodass man sagen kann, das Gehirn hat einen gewissen Zeitraum, in dem es ohne Schaden, ohne Sauerstoff auskommen kann. Aber danach geht es ganz rapide mit dem Hirngewebe zugrunde. Der Junge muss ins MRT. Dr. Krothmann versucht, die Mutter zu beruhigen. Doch dann kommt Schwester Luisa mit der nächsten Schreckensnachricht. So, ein Moment. Wir müssen nur schauen, dass der Tubus richtig liegt, dass die Lunge in Ordnung ist. Das Licht, keine Flüssigkeit in der Lunge ist. Aber er ist stabil. Ist stabil, ihm geht es wunderbar. Die Infusion ist angehängt, der Kreislauf ist stabil. Soweit geht es ihm sehr gut. Und anschließend, es geht nur darum, wenn Wasser... Noah ist weg, der wollte kurz zur Toilette gehen. Ich finde mich. Dass auch noch ihr älterer Sohn verschwunden ist, ist zu viel für die Mutter. Schwester Luisa macht sich deshalb allein auf die Suche. Und tatsächlich. Vor der Klinik findet sie den verstörten Jungen. Hey! Ich habe Mist gebaut. Oh, was ist denn passiert? Warum hast du dich denn hier jetzt versteckt und bist weggelaufen? Mama. Hm? Oh, Mama. Was ist passiert? Mama, Mist gebaut. In der Wäscherei? Ja. Geht es um deinen Bruder? Willst du mir das vielleicht mal in Ruhe erzählen? Wollen wir mal reingehen? Okay, dann komm mal mit. Schwester Luisa und der Junge gehen zurück in die Klinik. Dort vertraut sich das Kind der Krankenschwester an. So, jetzt erzählen wir mal, was ist passiert? Ich habe Moritz eingesperrt. Wir haben Verstecken gespielt. Und dann habe ich ihn in der Waschmaschine gesehen. Und er ärgert mich halt immer. Und ich habe die Tür zugemacht und Knöpfe gedrückt. Einfach wahllos irgendeinen Knopf gedrückt? Ja. Warum wolltest du das? Nein, ich wollte ihm das wehtun. Nur ein bisschen Ärger. Ja. Ach Mensch. Warum hast du das nicht von Anfang an gesagt? Ich hatte Angst, dass die Mama mich anschaut. Nein, macht sie doch nicht. Hast du immer noch Angst? Ja. Willst du es ihr vielleicht mal erzählen? Das ist ja wichtig, dass man weiß, wie das alles passiert ist. Ja, okay. Wollen wir das zusammen machen? Die beiden gehen auf die Intensivstation, wo Dr. Krohtmann mit der Mutter beim verletzten kleinen Bruder ist und die radiologischen Ergebnisse bespricht. Also beim Röntgen kam ganz klar zum Vorschein, dass wirklich ein Lungenödem besteht. Aber das Ganze, das kann gefährlich sein, aber wir haben das mittlerweile alles sehr gut unter Kontrolle. Er kriegt Infusionen. Mit den Infusionen wird das Wasser ausgeschwemmt, sodass also vom Kreislauf her und von der Lungenfunktion ist alles wunderbar. Also ihm geht es sehr gut. Man kann sagen, der ist dem Teufel wirklich gerade noch mal von der Schippe gesprungen. Aber das, was halt eben im Moment noch ein bisschen in den Sternen steht, ist, wie lange er jetzt wirklich ohne Sauerstoff war. Wir haben im Moment noch überhaupt keinen Anhalt darüber, wie lange war er jetzt in der Waschmaschine, um so ein bisschen eine Idee zu bekommen, wie lange das Gehirn möglicherweise ohne Sauerstoff war. Das Problematische sind die Folgen, die dann entstehen, wenn der Patient wieder zu sich kommt. Das kann von kleinen neurologischen Ausfällen wie Konzentrationsstörungen bleiben und kann bis zu einer vollkommenen Pflegebedürftigkeit bedeuten. Oh, was ist passiert? Wo war er? Draußen. Wieso bist du weggelaufen, Noah? Ich muss dir was sagen. Was denn? Was? Schatz, sag mir, du kannst mir alles sagen. Du weißt es. Die Mutter ist sprachlos. Doch für Dr. Krohtmann ist das Geständnis hilfreich. Denn jetzt kann er erfahren, wie lange das Kind keinen Sauerstoff bekommen hat. Ich muss mich mal kurz einmischen. Aber sag mal, Noah, kannst du denn etwas sagen, wie lange die Waschmaschine lief, bevor die Rettungskräfte kamen, bevor du den Ausschalter gedrückt hast? Das ist ganz wichtig. Ein paar Sekunden, aber dann habe ich sofort aufgeschaltet. Also das war keine lange Zeit? Nein. Ganz sicher, weil das ist ganz wichtig für den möglichen Gesundheitszustand. Ich weiß, du hast es nicht extra gemacht, okay? Nein. Nachdem der Bruder entgegnete, dass es nur einige, eine kurze Zeit blieb, war das natürlich für mich auch eine Erleichterung aus medizinischer Sicht, weil die Sauerstoffversorgung damit nur kurzzeitig unterbunden war. Im Abschluss an das Ganze kann man sagen, dass Maurice mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Prognose hat, dass überhaupt gar keine neurologischen Ausfälle zurückbleiben. Der Junge hat sich schnell wieder erholt und wird keine Folgeschäden davontragen. Schon nach wenigen Tagen konnte er vollständig gesund das Krankenhaus wieder verlassen.